Moin moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich neun, okay, will man eben los, frühstück hohen gehen Schalt den Warpen hin an, zieh die Haustür ran, lauf die Straße entlang, bis zum Kaufmannsladen Denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und breit, kann am Thesen kurz mal lesen, was die Zeit umzeit Irgendwas von nem Großangriff und tätige Bomben auf kleine Stadt Viele Menschen ums Leben bekommen, die Mehrpunkten gleich gemacht, wir nur haben es danach Ich zahl und verlasse den Bäcker, hören auf den Nachrichtensprecher Da gibt's immer dramatisch verschlechtert, heute fantastisches Wetter Plötzlich gibt's nen Knall, tausend Scherben überall, die Nachbars Katze hat zerbitten Da kann einem echt die Laune verderben, was fällt diesem Mistvieh ein, hier genau vor meinen Augen zu sterben Absolute Wahnsinnsshow, Fernsehen und im Radio Die Sonne lacht so schadenfroh, an Tagen wie diesen Niemand, der mir sagt, wieso? Die Frage Born so gnadenlos, an Tagen wie diesen Eine Million bedroht vom Hungertod nach Schätzen in der UNICEF Wer nicht trabt, gesundes Obst, der Äxel in der Molinex Seh ein Kind, in dessen traurigen Augen mit Fliege sitzt Weiß, dass das echt grausam ist, doch scheiße man, ich fühle nichts Was ist denn bloß los mit mir, verdammt, wie ist das möglich? Vielleicht hab ich schon zu oft gesehen, man sieht's ja beinah täglich Doch warum kann mich mittlerweile nicht mal das mehr erschrecken? Wenn irgendwo Menschen an dreckigen Wasser verrecken Das dumpfe Gefühl, diese Leere im Kopf So was kann uns nie passieren Und was wäre, wenn doch, um mich zerreißen Die Fragen, ich kann den Scheiß nicht ertragen Die haben mir nix mehr zu fressen und ich hab Steine Gute Wahnsinnsshow, Fernsehen und im Radio Die Sonne lacht so schadenfroh An Tagen wie diesen Niemand, der mir sagt, wieso? Beim Frühstück und der Abendbrot Die Fragen waren so gnadenlos An Tagen wie diesen Was hat er gerade gesagt? An so'n normalen Samstag Passiert auf bestialische Ader Ein ganz brutaler Anschlag Bei dem sechs Leute starben Die verletzten Schreinahmen Diese entsetzlichen Taten lassen mich jetzt nicht mehr schlafen Und ich seh's noch genau Das Bild im TV Ein junger Mann steht dort im Stau Fleht um Kind und Frau Jetzt frag ich mich, wie ist es wohl, wenn man sein Kind verliert Noch bevor's seinen ersten Geburtstag hat Doch das unterstreicht meine Frust an uns Krach Vielleicht waren die Atten Täter Voller Hass für den Gegner Vielleicht gab es Liebe für Familien Sie waren sogar selber Väter Manchmal, wenn ich Nachrichten seh Passiert mit mir etwas seltsames Ja, noch wir sind Eltern jetzt Haben ein Kind in diese Welt, das Welt Dann kommt es vor, dass ich Angst davor krieg Dass uns etwas geschieht Dass man den verliert, den man liebt Dass es das wirklich gibt Mitten in der Nacht werd ich wach und bin schweißgebadet Schleich ins Bett meiner Tochter und hör, wie sie ganz leise atmet Das absolute Wahnsinnsshow Im Fernsehen und im Radio Die Sonne lacht so schadenfroh An Tagen wie diesen Niemand, der mir sagt wieso Frühstück oder Abendbrot Die Fragen wollen so gnadenlos An Tagen wie diesen Was für ne Wahnsinnsshow Im Fernsehen und im Radio Die Sonne lacht dabei so schadenfroh Ich werd die Bilder nicht mehr los Beim Frühstück und beim Abendbrot Von niemand, der mir sagen kann wieso Die Sonne lacht Die Sonne lacht Die Sonne lacht Vielen Dank.